Herzlich Willkommen zu einem siebten Video aus der Videoreihe Scratch Cara. Hier gehen wir der Frage nach, was sieht eigentlich Cara? Cara kann nicht auf einmal seine gesamte Welt überblicken, das heißt die Bäume, die Krippblätter und die Pilze in seiner Welt. Er kann zum Teil nur die Dinge erblicken, die vor ihm sind, neben ihm sind. Das schauen wir uns gleich einmal an. Im Editor, in diesem Scratch Cara Simulator, kann man zwei Sichten unterscheiden. Die globale Weltsicht und Caras Weltsicht. Und da gibt es eben zwei praktische Schaltflächen, mit denen man sich die globale Weltsicht einblenden lassen kann. Das heißt, man sieht alles in gleicher Farbstärke. Und da sieht man dann alle Gegenstände deutlich. Und wenn man dann aber hier Caras Weltsicht nimmt, sieht man dann, dass Cara nur bestimmte Dinge in voller Farbstärke sehen kann. Wenn wir das hier praktisch gleich betrachten. Und hier wieder diese Schaltflächen verwenden. Da haben wir jetzt hier momentan gerade die globale Weltsicht. Wenn ich jetzt hier auf Caras Weltsicht umschalte, sehe ich, dass Cara an und für sich jetzt hier nur den Fliegenpilz sieht. Von diesem Kleeblatt, das hier ist, hat er keine Ahnung und dergleichen mehr. Wenn ich jetzt hier ein Kleeblatt zum Beispiel nehme, ziehe das Kleeblatt auch noch nicht. Wenn ich das Kleeblatt ihm dann praktisch unterschiebe, dann wird es wieder ein Dunkelgrün dargestellt. Und dann kann ich erkennen, dass Cara an und für sich entklebert nur kennen kann, wenn es unter ihm liegt. Und hier zum Beispiel diesen Pilz, der vor ihm liegt. Das Ähnliches gilt dann, indem man jetzt den Cara und zwar schiebe ihn seiner Welle. Er kann auch hier nur zum Beispiel diesen Baumstumpf vor sich sehen. Bei Baumstümpfen gibt es aber insofern besonders, dass Cara auch einen Baumstumpf rechts von sich und einen links von sich dann zum Beispiel betrachten kann. Das sind ja also diese wesentlichen Einschränkungen. Also Baumstümpfe kann er unmittelbar vor sich, links und rechts betrachten, unter sich nicht natürlich, weil Cara nicht in einen Baumstumpf hineinrennen kann. Er kann Kleeblätter unter sich betrachten und er kann einen Pilz unmittelbar vor sich betrachten. Aber nicht zum Beispiel neben sich, wie man hier sieht. Weiteres zur Scratch Cara dann in den nächsten Videos.